Eva Longoria, erstes Barbie-Bauch-Foto Mega Baby-Neves, Eva Longoria ist schwanger. Immer wieder hatte Eva Longoria betont, wie sehr sie sich eine eigene Familie, vor allem aber eigene Kinder wünsche. Kurz vor Weihnachten ließ die schöne Schauspielerin dann endlich die große Babybombe platzen, die 42-Jährige wird zum ersten Mal Mutter. Der Desperate Huse Vives Star und Ehemann Jos Baston sind seit 2013 liiert, im Mai 2016 folgte die Hochzeit. Während es für Eva Longoria das erste Kind ist, brachte der Media-Manager bereits drei Kinder mit in die Ehe. Auch das Baby-Geschlecht verrät die Pressesprecherin des Stars bereits, es wird ein Junge. Baby-Glove, erstes Barbie-Bauch-Foto Jetzt durften wir auch endlich einen Blick auf die wachsende Barbie-Google der schönen Halb-Mexikanerin werfen. Auf dem Balkon eines Hotels in Miami wurde Eva Longoria nämlich jetzt, eher unfreiwillig, in einem schwarzen Badeanzug abgelichtet. Ganz deutlich wölbt sich das Bäuchlein der 42-Jährigen und wir finden, dass die Schwangerschaft dem US-Star einfach super steht. In weniger als einem halben Jahr soll der Nachwuchs von Eva Longoria und Jos Baston auf die Welt kommen. Wir freuen uns riesig für das Paar. Auf dem Balkon eines Hotels in Miami Melde dich beim Ock-Ausrufe-Zeichen-Nesletter an und die Star-Nives kommen exklusiv zu dir.